Hallihallo und herzlich Willkommen zu einem neuen EAE Pledge Store Update Upgrade Tag 3 Aegis Dynamics. Da geht es heute los und Aegis hat ja einiges an Schiffen. Also da kann ich ja hier eine Viertelstunde klicken. Dementsprechend ziehe ich hier auch jetzt relativ schnell durch, weil so viele Schiffe wie die im Angebot haben. Wenn ich da über jedes reden würde, das wäre nicht so cool. Das habe ich ja schon im EAE Besuchstagsvideo sozusagen gemacht und dementsprechend gucken wir an jedem Tag als erstes mal in die Packages, ob eventuell ein neues Starter Package oder sowas gekommen ist. Aber auch hier sieht man relativ zügig und deutlich, nope, hier ist nichts Neues reingekommen. An Starter Schiffen, also von Aegis, hätte man jetzt sagen können, okay die Avenger wird nochmal 10% günstiger oder sowas. Aber das ist nicht passiert. Wir gehen in die Standalone Ships und ihr seht, ich könnte hier noch Add to Cart drücken. Ich habe die Seite vor einigen Minuten aufgerufen. Ich drücke mal F5 und ja, dann sehen wir es alles ausverkauft. Man könnte jetzt derzeit wieder eine Kraken kaufen. Da hat jemand eine Kraken zurückgegeben. Also wer jetzt schnell ist, kann eventuell eine Kraken kaufen für Warbound, also für Echtgeld, 1666 Euro. Da hat jemand zugeschlagen und eventuell denkt er, er kann das jetzt im Buyback Pledge holen. Das ist aber ausgestellt worden. So. Also, was hat Aegis alles für uns oder hätte gehabt? Wir hätten hier einmal die Idris P gehabt für 1500 als Warbound. Wir hätten sie hier aber auch als Store Credits für 1800 gehabt. Ja, also das hätte man, das hätte man sich beides holen können. Die Javelin war auch eben gerade wieder für kurze Zeit verfügbar. Javelin Warbound 3200 Euro und nicht Warbound 3500 Euro. Das könnte ich mir sogar kaufen. Wenn ich alles einschmelze, was ich habe, könnte ich mir die Javelin tatsächlich irgendwann mal holen. Aber vielleicht kriege ich das ja auch hin, indem ihr einfach 2000 mal meinen Referral Code benutzt. Das wäre hervorragend. So. Weiter geht es mit der Avenger Stalker für 71. Die Avenger Titan. Gutes Starter. Schiff quasi für 65. Die Titan Renegade. Das ist quasi die Titan nur mit einem anderen Skin nochmal drauf. Finde ich ziemlich geil. Ich glaube, damit habe ich... Also mit einem ähnlichen Skin habe ich... Ich habe mit dem Invictus Skin von der Titan angefangen. Sehr, sehr schön. Und die Avenger Warlock. Das EMP-Schiff. Der Titan beziehungsweise der Avenger für 101 Euro. Dann haben wir die Eclipse für 357. Wunderschönes, äh... Wunderschönes Schiff. Also wirklich eins meiner absoluten Favorites. Ähm... Werde ich definitiv irgendwann besitzen. Aber mit OEC beziehungsweise mit AOC immer kaufen. Ja, dann haben wir die Gladius und die Gladius Reliant. Da gab es ja ein kleines Video, ähm... Von Star Citizen selbst zu. Und genauso, äh... Zu diesem Schiff hier unten. Zu der Sabre. Aber da kommen wir gleich zu. Ja, für 107 und 130 Euro. Hier weiß ich tatsächlich den Unterschied gar nicht. Ich glaube, das ist auch nur ein Skin bei der Reliant. Vielleicht kann mir da jemand mal helfen und sagen, wo der eigentliche Unterschied, äh... bei diesen beiden Schiffen hier ist. Dann haben wir die Hammerhead. 862,75. Ich rede hier, glaube ich, übrigens immer inkludiert, äh... der Steuer. Ja, also... Wenn ihr den Preis günstiger, in Anführungszeichen, seht, dann, äh... liegt es da dran, dass die Steuer hier bei mir schon drin ist. Und, ähm... Ich gehe immer auf US-Dollar, weil ich... Ich weiß nicht. Ich finde den Euro-Preis hier irgendwie komisch zu sehen. Deswegen traue ich mich nie, nie auf Euro zu klicken und mache immer den... den US-Preis. Also, Hammerhead 862 Euro. Genauso die Nautilus auch bei 862 Euro. Die ist leider ein Konzept. Und wenn ich mir die holen würde, was ich auch eigentlich vorher gehabt haben hätte, wollen, äh... Deutsch, ähm... dann hätte ich halt eine Hammerhead als Loaner. Die habe ich aber sowieso wegen einer Kraken. Und das macht mir irgendwie keinen Spaß. Ich weiß nicht. Irgendwie ist das... Ah, das ist genauso mit der... mit der Pioneer. Da weiß ich auch noch nicht, ob ich mir die wirklich kaufen soll, weil da hätte ich einen Loaner als Caterpillar. Und also... Tja, und das habe ich halt auch schon durch die Kraken. Deswegen... Mal gucken, was die Galaxy oder die Odyssey, ähm, so zu sagen haben in den nächsten Tagen. Dann haben wir die Reclaimer für 476. Wunderschönes Schiff und ab 3.18 wirklich nützlich. Herzlichen Glückwunsch an alle, die eine haben. Schaut mal in den Chat, wenn ihr eine habt, beziehungsweise nicht in den Chat, in die Kommentare. Dann, meiner Meinung nach, das stärkste Schiff im Spiel, was Feuerkraft angeht. Ist auch das einzige Gunboat derzeit. Ich glaube, es gibt kein weiteres Gunboat. Da haben wir die Redeemer für 386 Euro. Ja, Dollar, Entschuldigung. Und dann kommen wir zu... Das ist eine der Sachen, da unterhalten wir uns gerade in der Orga auch sehr viel drüber. Also derzeit gibt es ja nur den Retaliator Bomber. Es gibt ja nichts anderes, weil die Modifikationen, beziehungsweise die Module, die kommen sollen, die sind ja noch nicht drin. So, jetzt hast du 327 Dollar bezahlt für den Retaliator Bomber oder du bezahlst einfach 180 Dollar für die Retaliator und kriegst sowieso derzeit den Bomber als Loaner gestellt. Wann die Module kommen und ob die Module kommen und ob das hier irgendwann überhaupt gemacht werden kann, dass Module in das Schiff reinkommen, weiß niemand. Aber wer den Retaliator Bomber jetzt erstmal haben will und testen will, der sollte sich einfach den Retaliator kaufen, denn der Loaner ist der Bomber so oder so. Dann haben wir die Saber. 202 Euro. Die Saber Comet für 220. Ich glaube, hier ist auch nur Skin-Unterschied. Mehr ist es, glaube ich, nicht. Es gibt noch eine weitere Saber, aber die kann man nicht mehr kaufen. Das wäre die Saber Raven. Das ist das EMP-Saber-Schiff. Das gab es einmalig, damals als Intel eine neue SSD, PCI-4 SSD oder wie auch immer vorgestellt hat und rausgebracht hat. Da konnte man die gleichzeitig quasi kaufen. Also dann hat man die Festplatte gekauft und hat einen Skin bzw. das Schiff noch bekommen. Dann haben wir die Vanguard-Reihe. Hier weiß ich immer noch nicht, was was ist. Also ich habe das eben schon in einem anderen Video gesagt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Wir haben die Harbinger für 3,45. Wir haben die Hopelight für 2,79. Wir haben die Sentinel für 3,27 und die Warden für 309. Ich weiß, dass das das EMP-Schiff ist. Bei allen anderen rede ich mich gerade nur im Kopf und Kragen und weiß es einfach nicht mehr. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Und ein wunderschönes, faszinierendes Schiff wäre die Vulcan. Ist leider noch nicht draußen, aber im Progress Tracker. Also wenn ihr hier auf der Seite oben euch da ein bisschen durchwurschtelt, da kommt ihr in den Progress Tracker rein und da seht ihr, dass die angeblich genauso wie die Crucible im Februar fertig sein soll. Und das würde bedeuten, zu Pyro können wir höchstwahrscheinlich eine Vulcan und eine Crucible fliegen. 238 ist jetzt erstmal ein stolzer Preis, aber das ist ein Betankungsschiff, das ist ein Repair-Schiff, das ist das ADAC-Schiff. Wer da drauf Bock hat, sofort zuschlagen. Und dann, zu guter Letzt, wie jeden Tag, gehen wir einmal in die Ship-Upgrades rein. Das bedeutet, wir gucken, welche CCU könnten wir bekommen. Und da schauen wir mal. Drake müsste jetzt ja draußen sein, nicht wahr? Origin ist noch da. Die Hull, äh, hier übrigens zwei Optionen, das ist, weil ich, ähm, Subscriber bin. Also, ja, nicht, dass sich da jemand wundert. So, was haben wir? Die Wulcher ist natürlich da. Ich glaube, die Kata ist sogar rausgeflogen. Kann das sein? Das kann ja fast gar nicht sein. Warte. Kata, Kata. Ne, die Kata ist noch drin. Okay. So, dann gehen wir ein bisschen weiter. Hier ist die Sabre. Hier ist die Vulcan. Und hier ist noch immer die Corsair. Also, das ist eine gute CCU. Weiterhin, da haben wir den Bomber. Und die Eclipse ist ein weiteres. Ihr seht es. Ich habe es euch gestern gesagt. Die 600i ist rausgeflogen aus der CCU. Nicht wahr? Habe ich euch gestern mitgeteilt. Das hier werde ich vielleicht gleich machen. Wer weiß das schon. Das habe ich euch gestern mitgeteilt. Und es ist tatsächlich so. Und die Eclipse ist ein CCU für 20 Dollar. Vollkommen okay. Ja, wir müssen mal den letzten Tag abwarten, wenn ganz viele CCUs dann drin sind. Und dann kann ich vielleicht auch nochmal ein Video zu einer CCU Chain machen. So. Das war das kurze Update-Video zu den Pledges vom heutigen Tag. Ja, morgen kommen dann, glaube ich, die Alien-Schiffe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, morgen kommen die Alien-Schiffe. Dann kommt Anvil. Und dann kommen noch ein paar andere kleine Hersteller. Ich bin mir nicht ganz sicher. Schreibt es in die Kommentare. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und wie immer Daumen hoch, kommentieren, abonnieren. Nicht vergessen, falls euch das Ganze gefällt und ich es weitermachen soll. Bis dahin. Tschüsschen. Tschüsschen. Tschüsschen.